So, nachdem meine Verbindung abgebrochen war, eben, setzen wir jetzt unsere Mission fort in Sniper Elite 5. Warum ist denn die Alarm? Achso, wir waren da drinnen noch beschäftigt. Da unten hatten wir alles. War hier nicht irgendwo ein Weg? Ach, hier. Ja, da unten. Ja, da unten. Finde die Kraken-Einsatzzentrale. Okay, da geht's wieder nach oben. Wird der da runter durch? Nein. Aber da. Ach, die geht da hoch. Ja. 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 Die ersten zwei hier drin sind ausgeschaltet. Info fehlt. Da läuft einer rum, da hinten ist noch einer. Da haben wir hier irgendwo Alarm. Da ging einer. Ich meine, ich höre ihn kommen. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Da ist einer. Ein Sniper. Ich höre ihn. Da ist noch einer. Ich höre ihn. 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 Ich habe keine Ahnung, wieso die mich da entdeckt hatten. Ich höre ihn. 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 Steht da einer? Steht da einer? 71 Meter So, diesmal gibt es keinen Alarm. Wo kommt die denn jetzt her? Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen hier in dem Game? Drei Stück, ja klar. Moment, wir sind jetzt hier. Ist der Alarm, der jetzt noch am Laufen ist. Deswegen kommen die hier hin. Jetzt kapiert. Müssen wir mal einen kurzen Moment warten, bis sich alles wieder was beruhigt. Bis zum nächsten Mal. Könnte sein, dass ich da gerade Fuß Stapfen Der Alarm ist aus Wenn die sich gleich wieder komplett beruhigen Jetzt mal ein bisschen für Schatten sorgen hier Jetzt mal ein bisschen Jüngers, genau da wo die Intel Plastend, S.O.E. will you want him dead, hate to disappoint him Looks like it's a hot cup Yep Oh Ja, das ist doch ein Golf. Aber nichts. Sie wissen ganz genau, wie ich bin. Sie wissen, wie ich rede und wie ich aussehe. Warum müssen wir denn jedes Mal so eine Startaktion auf die Familie machen? Herr Jonas, wenn Sie nur ein paar Minuten warten würden. Sie kennen meinen Zeitwagen. Bringen Sie mir die Familie. Wenn sie so wichtig ist, dass ich unterteile mich. Ich hätte von Ihnen, dass Sie gleich sind. Sie sagen, es ist ja bester Ordnung. Lass mich! Es ist hoch. Es ist hoch. Ich habe schon genug Zeit mit Reinholds idiotischen Sicherheitsüberprüfungen vergeudet. Gehen wir schnell zum Prototypen, dann sehen wir weiter. Geht ihr denn? Da hinten. Da hinten. Die Tests waren vielversprechend, aber wir sind auf einige Hindernisse gestoßen. Die Resistenz hatte vorher schon Probleme gemacht, aber... Es kann hier schon etwas loswerden. Die Tests waren sehr gut, aber es war schmiert. Die Tests waren long-term. Die Tests wurde wenigstens vonitalien. Die Tests waren sehr glücklich. Die Tests waren sehr glücklich. Die Tests waren sehr glücklich. Das wurde schon angewendet. Der Tests wurde in der Tests wurde. Die Tests wurden nach ihrem Netz belobten. Sind hier meine Tests? Wir machen ständige Fortschritte. Mit der Zeit kommt es zu gering. Das kann nicht sein. Ich muss mich finden, wo sie die Testdaten schicken. Ich kriege, was ich für die Jungs in SOE finde. Ich brauche Hilfe. Ich blöde raus. Wer? Die da unten? Ah, komm. Nö, komm, verrückt. Ha, ha! Fortsch! Oh, wir sind hier. Wir haben die Alarm. Das muss die V2-Win-Town. Jüngers ist zu besuchen hier. Bound to be intel hier, dass die Kommand mit guter Geist. Was ist das? Ah, wo ist Jüngers? Jüngers. Right where the intel placed him. SOE will you want him dead. Hate to disappoint him. So. Oh. Jüngers. 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 Ja, wir müssen gerne die St اورen hinzufügen. Ja genau, du hast ja trotzdem noch abgewehrt, alles klar. Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bleibe jetzt! Hilfe! Die Trigger, Neuron. Ich brauche Hilfe. Ich bleibe aus. Ich sagte ja, die Mission ist heavy. Ja, genau doch. Ja, habe ich mich jetzt mit getötet. Wieso ist der Alarm denn jetzt noch an? Gerade war raus. Ja, das ist der V2-Wendtunnel. Jüngers ist zu besuchen hier. Ja, das ist der V2-Wendtunnel hier. Das ist der V2-Wendtunnel. Wieso ist meine Pistole eigentlich nicht mehr schallgedämpft? Ja, genau. Du kommst natürlich hier gucken. Ja, das ist der V2-Wendtunnel. Ja, das ist der V2-Wendtunnel. haben die hat gesehen ach, lenke mich doch ach, leck mich doch aber kein alarm so, welcher kommt jetzt? er oder er? er da hinten und geht's es ist Nothing else to find. Schnellungsschrein Tiger Schürt Ihr wollt mich doch echt alle hier verarschen Schnellungsschrein 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 Ja, mach! Ja, mach! Komm, schieß doch! ich wollte gerade sagen, überlebe ich das jetzt? finden sie mich gerade nicht mehr? wenn es geht, müssen wir den Junkers auch Leben fangen, also K.O. schlagen, um die Zusatzaufgabe, wie wir ihn zu töten haben, erfüllen zu können. warum kommt der zweite denn jetzt? naja jedes mal andere muster hier zusammenreißen zusammenreißen ich muss mal abraten, ob du... wieso lebst du denn noch? du lebst ja immer noch das ist nicht wahr sowas, das ist echt nicht wahr sowas zum Glück kommt diesmal von hinten keiner jaja ich weiß, dass wir noch nicht raus können wir kommen ja wieder ja wohl, eben war es nicht besetzt das spiel ist nicht nur schwerer, irgendwie habe ich das gefühl es ist ähm wie heißt es jetzt? ach, jetzt komme ich nicht aufs Wort es ist so programmiert, dass es ja nicht unberechenbar ist, sondern ich komme echt nicht aufs Wort wie ein Cheater es weiß immer was du vorhast das ist und setze dann da natürlich mehr Gegner ein da kommen sie schade nur einer so da lief aber gerade noch einer hier lang jetzt warten wir erstmal einen Moment und da ist der andere schwer verletzt geworden und jetzt verblutet der ist doch hier hin gerannt der zweite muss er vielleicht abgauen der ist mit zu krass ja nicht an sich auf der Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wollte mich verarschen. Jetzt machen wir erst mal das hier. Jetzt machen wir erst mal das da. Kein Alarm mehr. Und dadurch keine nachträglichen Soldaten mehr. Die das Spiel uns entgegenwerfen kann. Ich habe dich gesehen, mein Freund, ich habe dich gesehen. Ich bin. 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 Vielen Dank. Oh, ist das laut. Haha, wir sind in der Kuppel. Das ist ein oder zwei? Zwei. Kann man den zuhören? Nein. Nein. Ach, hier sind wir. Ich dachte wir wären da oben. Ich dachte wir würden da oben auskommen. Das macht aber keinen Spaß. Ich will was zur Kriegsanstrengung beitragen. Und nicht hier nachzählen wie viel Munition wir noch haben. Das ist jetzt das Gespräch um die zu triggern. Wir machen mal eben das hier. Boah, lalalala. Was hast du nicht mitbekommen mein Freund? Ui. Ui. Ah. Ah. Bezeug dich du Hitler. Du bist Kerl. Komm raus. Ah. Zusammenreißen. Einer ist noch hier unten, das wissen wir. Was für eine Alarme geht denn da jetzt gerade los? Ich bin in den Anführungen. Ich bin危険. Ich bin in den Anführungen. Ich bin in den Anführungen. ja super da haben wir die dritte bank minus vier müsste aber minus fünf sein verringert werde ich gar nicht kürzere zielzeit schnell rückstoß kompensation ja 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 Wo ist er jetzt? Was war denn da für ein Auto? Wie lange geht der Alarm noch? Könnt euch mal langsam wieder beruhigen. Jetzt ist der Alarm ausgegangen, da habe ich mich geschrocken. Das ist blöd. Komm zurück. Ja, die laufen hier noch rum. Ich hatte keine Angst. Ich doch nicht. Entschuldigung. Das läuft nicht gut! Jetzt stirbst du! Ah! Mach den Mistkerl fertig! Warum? Warum rückst du die ganze Zeit nach vorne? Ich kann mich hier drinnen nicht drehen! Ja, jetzt hat er sich gedreht! Oder auch nicht! Ja, geh doch ganz raus, Mann! Keine Schuss mehr! Oh ne! Du entkommst mir nicht! Ich finde dich, verdammt! Scheiß Safe-Freund! Den haben wir selbst gesetzt! Ach, Mann! Ach, Mann! Das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Das war... Du brauchst etwas Hilfe! Stirb endlich! Wieso? Wir brauchen Hilfe! Ich bin schlapp! Ich schlapp! Wollen Sie das jetzt? Wenn nicht kriege ich ein Problem. Ich glaube, das waren sie jetzt. Jetzt wären sie doch schon längst da. Glaubst du das denn jetzt? Komm her! Ich sollte echt aufhören mit diesem, ich glaube das waren sie jetzt. Jedes Mal dann. Jedes Mal kommen dann Leute. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, wir sind ja wieder auf dem Weg nach hier unten. Also jetzt komm. Hier haben wir ja auch noch was zu erledigen. Geh hoch! Sie geht nicht weiter. Was ist das denn jetzt für ein Körpers? Was ist das? Ja. Was ist das denn? Was ist das? Das war's. ? Ich hab's. Ich hab's. Deine. Ich habe keiner mehr von der ganze Menge geholfen. Ich habe das nicht getan, ich habe beackt. So, wo war jetzt das zweite? Schematics. Looks like overloading the pressure valves will cause the whole system to backfire if it's engaged. Better get to it. Zweite ist ganz in der Nähe. Jetzt habe ich die Steuerung von vollen Orlern gerade drin. The pressure's off the charts. Got to get to the control room, overload the system and blow these tankers apart. Fueling system's out of action. V2-0 ground. Time to find Kraken. T T T Untertitelung des ZDF, 2020 Wo kommen die jetzt? Unten oder oben? Da läuft einer rum. Hm, der lässt sich nicht ablenken. Was? Hey, Stütz. Die Reinforcements, wir haben Ganga, ich bin nicht vorsichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, nö! Komm, geh raus! Oh, leck mich! Mach auf, du Vollpelz! Oh, leck mich! 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 Solche Probleme habe ich... Oh, 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 oh! hier echt, ob er sich noch nie gehabt hat, nein 12, nein nichts gegen alten Unterschall. Aber das ist, habe ich mir schon gedacht, dass die Mission hier richtig heavy wird. Oh, ich habe mich doch am Arsch, jedes Mal wenn ich irgendwas machen will. Ich brauche Hilfe, ich blöde raus. Ich wollte gerade sagen, oh ich habe ja gar nicht Twitch an. Ja, jetzt schalten wir mal um. Um. Bop. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Drüzel Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist auch ein Jäger. Den kann ich nicht einfach boxen. Und der war so schwer verbundet, da hat er sich hier versteckt. Deswegen hat er eben nichts gemacht. Okay. Und ich bin es leid. Jetzt machen wir hier eine Sicherheitssafel. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir haben noch zwei Ziele. Ich versuche das Waffenlabor. Da in der Nähe ist auch der Junkers. Oder dringen die Kappel ein. In die Kuppel. Kuppel habe ich gerade gar keinen Bock drauf auf das auf. Ich versuche das Waffenlabor. 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 Bound to be Intel here that command can put to good use. Jungers. Right where the Intel placed him. SOE want him dead. Hate to disappoint him. Who is there? Hello? What did he do now? Yes! Of course! ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. New Windtunnel. Jungers is due to visit here. Founded the intel here that command could put to good use. Jungers. Bet where the intel placed him. SOE want him dead. Hate to disappoint him. Oh. Soundprobleme. Audio-Files-Probleme. Aber Herr Jungers, Sie hätten gestern kommen sollen. Wir haben die Papiere für Ihren heutigen Besuch nicht. Wir müssen ein neues Formular aufsetzen und... Aber gewaltige Probleme. Herr Jungers, wenn Sie nur ein paar Minuten warten würden... Sie kennen meinen Zeitplan. Bringen Sie mir die Papiere. Wenn die so wichtig sind, unterschreibe ich sie. Ich werde von Ihren eigenen Käften begleiten. Es ist alles in bester Ordnung. Aus dem Weg! Was wohl daheim gerade los ist? Was wohl daheim gerade los ist? Was wohl daheim gerade los ist? WUSIT. Ja, ja, sehr gut. Sollen wir uns jetzt den Prototyp mal anschauen? Oder möchten Sie erst was trinken? Ich habe schon genug Zeit mit Reinholds idiotischen Sicherheitsüberprüfungen vergeudet. Gehen wir schnell zum Prototyp, dann sehen wir weiter. Da ist ja auch noch einer. Sollen wir noch? Sollen wir noch? Sollen wir noch? Sollen wir noch? Das kann nicht gut sein. Ich muss wo die Test-Daten befinden. Ich kriege was ich für die Jungs in SOE. Schauen Sie erst mal, was die Idee für die Idee ist, was wir haben. Ich bleibe jetzt! Hilfe! Echt jetzt? Das ist nicht wahr, sowas. Das ist nicht wahr, sowas. Das ist nicht wahr, dass wir die V2-Range im Moment einer Retriebe retten. Dann haben wir eben noch das Beweisfoto von hier. Ganz ruhig, schön hinlegen und schlafen. Einmal hier hinlegen. Ja, sicher doch! Oh! 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 I'm down Need some help Some cuts in you I can't stand up Really? So And then Hey, that's not true That they can go through all the way But I'm losing my heart Okay Okay Er hat wenigstens gescheit abgespeichert So, kam dann jetzt nicht noch ein zweiter hochgerannt Nee, den Ah, nee Ich erschossen Das ist nicht Junggas Auto machen Wings convert speed and altitude into lifting range They'll be slower But travel further Not much further though These proposals The range they're trying to give the V2s They could hit Britain from Germany If they manage to pull this off Nein, mein Freund So schnell fürchten wir uns nicht Fuck Jetzt hab ich mit dem falschen Knopf gedrückt Nee, 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 nee Nee, nee Hat denn wer abgespeichert? Der doof Sonst braucht doch mal wer weiß wie lang Sonst braucht doch mal wer weiß wie lang Ich hab fast vergessen Oh Ich bin So. Komm, hier kann er jetzt drüber springen. Aber die scheiß Sandsäcke eben nicht. So, dann töten wir Junkers mal mit einer V2. Aber sorgens wie fehlte mir die Cut-Szene, dass sie runterfällt. Ich meine, auf PS4 war einer. So, damit hätten wir hier, glaube ich, alles... Ah ne, im Keller müssen wir noch rein. Moment mal. Moment mal. Das ist jetzt unten oder unsere Etage. Okay. 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 Deaktiviert. So, jetzt müssen wir nur in die Kuppel eindringen. So, war doch was gelbes zu mitnehmen? Ja. Zum Waffenlabor. So, war doch. So, war doch. So, war doch. Wir haben auch noch einen fiesen Sniper. So. Jetzt und du hast mich nicht gesehen. Okay. Hier ist noch was. Wow. Bin ich froh, wenn morgen mein neues Headset da ist. Wer ist da? Komm nachschauen mein Freund. Rente gegen die Tür. Ah. Unfair. Das war das Wort, das mir eben nicht eingefallen ist. Authentisch ist scheinbar auch unfair. Was war das? Hallo? Ja. Du, den Pfiff kam von hier draußen. Ja genau von hier. Warte mal gucken, ich glaube ich sehe da gerade was. Jawohl. Direkt mal Alarm ausschalten. So. So. Die Knarre mag ich nicht. Aber ich will nicht an die eigenen Munitionsreserven gehen. Die braucht so lange zum Nachladen. Deswegen mag ich sie nicht. Die Knarre mag ich. Aber ich habe auch bịen. Die muss ich nicht feststellen. Die Knarre. Ich habe einiges. Die Knarre zu dem anderen. Nein, ich habe mir das. Was? Ich habe auch schon etwas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entschuldigung Wir nähern uns dem Ende Wir nähern uns tatsächlich dem Ende Ich frage mich ja jetzt immer noch, was das oben für eine 3 ist Weil links neben Aidencroft, das ist der Kampagnenwagen, 36 Rechts müsste eigentlich Multiplayer sein, bloß ich habe noch nichts Multiplayer mäßig gezockt Warum da schon eine 3 steht, keine Ahnung Ich höre dich doch, dann komm auch direkt nach hier Acht Patronen noch im Magazin Guess I grabbed everything useful Was ist das? Was ist das? Was ist das? Von oben, du Sau. Von oben.